als welle das würde reichen die drachen snapper zu erreichen bleibt da doch nicht hängen ja das wird ein bisschen hakelig jetzt werden die sind schnell hinter mir her erstmal hier hinter die wand gehen also der plan ging jetzt mal mir nicht auf wo sind sie denn hin glaubst du es denn ja 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 ja